Der Online-Zwang, der macht mich krank, ich kann keine Spiele spielen ohne Empfang, zahle 60 Euro, doch es ist unbestimmt, ob beim Release die Server online sind. Vielen lieben Dank, Publisher X, wobei X nur eine Variable ist, also für was anderes steht und man stattdessen auch Buchstaben nutzen könnte, wie A, F oder K. Ihr, dachtet euch, wie geil wert denn das ein? Online-Zwang als Vorteil verpackt, beneint, Papieraten illegal runterladen, wie können wir das für uns nutzen, um gleich alle zu bestrafen? Der Online-Zwang, der macht mich krank, ich kann keine Spiele spielen ohne Empfang, zahle 60 Euro, doch es ist unbestimmt, ob beim Release die Server online sind. Der Online-Zwang, der macht mich krank, ich kann keine Spiele spielen ohne Empfang, zahle 60 Euro, doch es ist unbestimmt, ob beim Release die Server online sind. Dein Passwort muss zwischen 24 Zeichen, mindestens einen Großbuchstaben und noch 35 Zeilen enthalten, deine Träne von Emra, cool, wär außerdem nicht schlecht, vor lauter Wut trete ich Ricketts ins Gemächt. Niemand hier leidet so viel wie ich, euer Prime-Support ist lächerlich, 0190, ich glaub, ich hab Lacks, ups, welche Nummer, die hier wollen nur. Trotzdem, allo mich herum, scheint Spaß zu haben, sie sagen, dressinenraben oder spiel doch mit Karten. Hä? Sorry, ich hab nicht zugehört, ich werd hier von der Warteschleife zugedröhnt. Der Online-Zwang, der macht mich krank, ich kann keine Spiele spielen ohne Empfang, zahle 60 Euro, doch es ist unbestimmt, ob beim Release die Server online sind. Der Online-Zwang, der macht mich krank, ich kann keine Spiele spielen ohne Empfang, zahle 60 Euro, doch es ist unbestimmt, ob beim Release die Server online sind. Online-Zwang, bitte scheiße, schaff das ab, muss nicht sein.